Herzlich Willkommen zum Podcast von Landschaft Leben unter dem Titel Wer nichts weiß, muss alles essen. Das ist unser zweiter Podcast heute und ich freue mich sehr, dass ich heute schon meinen ersten externen Gast bei mir sitzen habe. Und es ist nehmt geringerer wie der Helmut Petscher, Präsident der österreichischen Milchwirtschaft und Geschäftsführer der Kärntner Milch. Helmut, ich freue mich total, dass du heute da hergekommen bist, dass du da heute nach Schlappen gefahren bist und sage ich mal, besten Sicherheitsvorkehrungen, was wir machen haben können. Wir haben alles desinfiziert. Wir haben wirklich geschaut, dass wir auf Nummer sicher gehen. Bei uns im Büro ist er nehmt da. Es ist jeder auf Homeoffice und ich denke, unter diesen Vorkehrungen können wir den Podcast heute auch sehr, sehr gut durchführen. Helmut, ich freue mich wirklich, dass du da bist und möchte gleich mit der ersten Frage starten. Was hast du heute so gedacht? Wie hast du da über die Art der Bauherrfahrung gefahren, bis du daher nach Schlappening zum Podcast von Landschaft Leben? Was ist da auch in dir so vorgegangen? Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben ja wirklich spannende Themen zu besprechen, glaube ich, Milchwirtschaft im Umbruch und vor allem das Thema Coronavirus beschäftigt uns ja alle. Und was hat mich bewegt? Ich war heute in der Früh mit meiner Frau, habe ich gesagt, ich fahre heute nach Schlappening und dann hat sie als Erster gesagt, wo fährst du hin oder was tust du? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben ein wichtiges Gespräch mit Hannes Reuer, der ja massivst für die heimische Landwirtschaft kämpft, dass es die auch in Zukunft noch geben wird. Und wir als Verarbeitungsbetriebe in den Molkereien tun das natürlich das Gleiche. Und deshalb war es mir auch ein Anliegen, dass wir heute ein bisschen über die Situation, wie geht es den Bauern, wie geht es den Milchbauern, wie gehen wir mit diesen Themen um in den Betrieben und so weiter, dass wir das diskutieren und besprechen können. Die Milch ist ja im wahrsten Sinne ein Lebensmittel. Ich glaube, ein sehr hochwertiges, aber auch ein sehr sensibles Lebensmittel, Helmut. Wir haben einige Anfragen gekriegt, wie geht man jetzt mit Qualitätskriterien um, kann man weiterhin davon ausgehen, nur die beste Milch jetzt sozusagen in den Packungen vorzufinden. Viele kennen es ja ein bisschen aus und wissen, dass eben da Zellen drinnen sind, weil es ja wirklich die Milch lebt, darum ist sie auch so gesund für uns, darum ist sie auch für unseren Darm, für unser Mikro-Barm so wichtig. Wie schaut es da mit Qualitätskriterien aus? Ist man da weiterhin so streng, wie es in Österreich eigentlich üblich ist? Oder sagt man da, im Zuge der Krise muss man jetzt da ein bisschen wo vielleicht ein Auge zudrucken oder ein bisschen was aufweichen? Nein, überhaupt nicht. Die Milch in Österreich ist eine sehr, sehr hochwertige. Wir haben ja eine der strengsten Qualitätskriterien, weil wir ja den Lebensmittelkodex in Österreich von Haus aus strengere Qualitätskriterien haben, als es beispielsweise europäischer Standard ist. Es gibt ja zwei wesentliche Parameter, du hast es angesprochen, Keimzahl und Zählzahl. Keimzahl sagt aus, wie sauber arbeitet die Bäuerin, der Milchbauer bei der Milchgewinnung. Und die Zählzahl ist ja ein wesentlicher Bestandteil der Tiergesundheit. Und wenn man erste Güte-Klasse europaweit 400.000 Zählten hat, Amerika beispielsweise 700.000, Österreich hat 250.000 für Superqualität. Da sind wir ganz, ganz vorne mit dabei. Und diese Qualitätskriterien gilt es auch in der Krise einzuhalten. Das heißt, an den Qualitätskriterien hat niemand nicht einmal im Ansatz nachgedacht, diese zu verändern. Das heißt, wir haben, was die Rohmilch betrifft, was von unseren Bäuerinnen und Bauern geliefert wird, nach wie vor die höchsten Qualitätsstandards. Die werden wir auch weiterhin einhalten. Zusätzlich seit 2005 100% gentechnikfrei, seit drei Jahren glyphosatfreie Milchproduktion. Das heißt, da sind wir ganz, ganz vorne mit dabei. Und der Konsument kann sich wirklich auf die hochwertige Rohmilchqualität und dementsprechend auch auf die hochwertige Produktqualität verlassen. Und wir haben ja österreichische Milch. Das heißt, ihr verarbeitet ja nicht, ihr importiert ja nicht irgendwo eine Milch von Tschechien oder Slowakei oder Deutschland, sondern wir haben ja wirklich oder in den österreichischen Milchereien österreichische Milch. In den österreichischen Molkereien wird österreichische Milch verarbeitet und da haben wir auch ein Qualitätskriterium, das Armer Gütesiegel. Das heißt, unsere Milch- und Milchprodukte sind ja auch nachvollziehbar, wo sie herkommen. Und diesen hohen Qualitätsstandard möchten wir natürlich auch weiterhin aufrechterhalten. Du hast jetzt etwas Wichtiges angesprochen und da möchte ich gleich ein bisschen auch zum nächsten Thema im Bereich kommen. Wir haben in Österreich Standards, die was über EU-Niveau liegen. Das ist in vielen Bereichen so. Dadurch haben wir natürlich andere Produktionskosten. Das hat uns, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, leider oft am Markt Nachteile beschert. Ganz extrem ein anderes Beispiel war die Butter, wo wir die Selbstversorgung zum Großteil aus der Hand gegeben haben, weil wir auch geschaut haben, dass die Tiere ein besseres Leben führen können in Österreich. Hat der Konsument teilweise honoriert, teilweise war es einem völlig egal. Kann vielleicht die ganze Situation jetzt auch aus deiner Sicht etwas bewirken, dass man sagt, schau, wir haben noch eine österreichische Landwirtschaft, die zu Top-Qualitäten produziert. Wie siehst du das? Wie empfindest du das? Glaubst du, kann das jetzt auch die Chance sein, dass man wirklich einmal erkennt, wie wertvoll Regionalität ist? Ich glaube, das ist für uns eine Riesenchance. Für die Bauern, für die Verarbeitungsbetriebe, für die regionalen Produzenten. Ob das jetzt Milch, Fleisch ist, das muss eine Chance sein. Und ich bin mir nicht einmal ganz sicher, dass der Konsument das nur oder nicht immer wertgeschätzt hat. Der Konsument ist ja, muss man ganz ehrlich sein, zum Schnäppchenjäger erzogen worden. Mit dieser Geiz-is-geil-Mentalität. Und wir werden jeden Tag überflutet mit Flugblättern. Nirgendwo in Europa sind die Aktionsanteile so hoch bei Lebensmitteln wie in Österreich. Das hat sich vor einigen Jahren so entwickelt. Und ich glaube, der Konsument erwartet sich nicht, dass einmal die Butter 2,49 Euro kostet, ein halbes Jahr später kostet sie 1,79 Euro und vielleicht noch ein halbes Jahr später 99 Cent und dann wieder ein halbes Jahr später wieder 2,49 Euro. Aber das war genau die Entwicklung des Butterpreises. Und der Konsument kann mit solchen Preisen eigentlich überhaupt nicht umgehen. Und der versteht das auch nicht, warum einmal ein Viertel Butter 99 Cent kostet und ein Jahr später 2,49 Euro. Das hat mit diesem Fett- und Eiweißgehalt zu tun. Und die Milchpreise für unsere Milchbauerinnen und Milchbauer haben sich letztendlich immer nur dann verändert, wenn sich weltweit irgendeine Katastrophe oder irgendeine Veränderung ergeben hat. Dürre in Australien, weniger Konsum in China, Russland, Embargo oder jetzt Brexit. Das waren so einschneidende oder auch Quotenende. Und immer, wenn sich solche einschneidende Dinge verändert haben, hat sich letztendlich der Milchpreis verändert. Und ich glaube, der Konsument erwartet faire Preise für hochwertige Qualität. Aber auch der Bauer braucht eine gewisse Einkommenssicherheit, wenn wir eine flächendeckende Milchproduktion erhalten wollen. Und wir haben ja erstens einmal ganz, ganz strenge Qualitätskriterien. Wir haben es schon gesprochen, Glyphosatfrei, Gentechnikfreiheit. Wir haben den höchsten Anteil an Bioproduktion in Österreich. Über 18 Prozent der gesunden angelieferten Milch ist bereits Biomilch. Zusätzlich fast 16 Prozent der gesunden angelieferten Milch ist Heumilch. 80 Prozent der gesunden Milchproduktion findet im Berggebiet statt, im benachteiligten Gebiet. Das heißt, wir haben andere Kostenstrukturen. Und ich glaube, der Konsument wäre stolz und froh, wenn er zukünftig heimische, regionale Milchprodukte bekommen würde. Und wenn man jetzt ein paar Monate zurückdenkt, diese Dürre oder auch diese Klimaschutz- und Katastrophen, Unwetterkatastrophen, die wir teilweise in Kärnten, in der Steiermark gehabt haben, da leisten die Bauern viel mehr als nur Milch abzuliefern. Wenn es nämlich diese flächendeckende Landwirtschaft im Berggebiet nicht mehr gibt und wir produzieren im Berggebiet Abwanderung, Entwertung der Region, Zuwachs, da verändert sich die Kulturlandschaft, der Lebensraum ganz massiv. Und ich glaube, da müssen wir, und das wird unsere Verpflichtung sein, vor allem für die Jugend, dass wir diese Themen diskutieren, gemeinsam mit unseren Handelspartnern, dass wir den hochwertigen regionalen Milch- und Käseprodukten auch entsprechende Wertschätzung wiedergeben. Und letztendlich geht es dann auch um die Einkommenssicherheit für die Bauern. Ich glaube, in dieser Krise werden natürlich jetzt früh schon massive Probleme kriegen, verschiedenste Wirtschaftsbereiche, Wirtschaftszweige. Die Landwirtschaft hat aber mit dem jetzt schon sehr, sehr lange zu kämpfen. Wir haben es auch jetzt im ersten Podcast schon gesagt, wir haben jetzt einmal versucht, einmal zu eruieren, wenn das Bauernsterben so weitergeht, ob wann der letzte Bauer in Österreich zusperrt. Das wäre 2041 der letzte konventionelle Betrieb. Das ist schon dramatisch. Wir stehen jetzt gerade auf der Kippe. Wir haben jetzt zum Großteil noch eine gute Selbstversorgung. Wenn wir da jetzt noch fünf, sechs, sieben Jahre so weitermachen, ist eben genau diese Selbstversorgung nicht mehr gewährleistet. Und Helmut, du wartest wahrscheinlich, wie viele Milchbauern haben aufgehört in die letzten Jahre? Du hast das wahrscheinlich im Kopf. War vielleicht einmal spannend, was sich da wirklich in dem Sektor getan hat? Ja, eigentlich eine dramatische Entwicklung. Du hast angesprochen, wir haben beim EU-Beitritt fast 90.000 Milchbauern und Milchbäuerinnen in Österreich gehabt. Und wir stehen jetzt bei 25.000. Das heißt, alleine im letzten Jahr von 2018 auf 2019 haben fast 1.000 Milchbauern die Milchproduktion eingestellt. Pro Jahr? Pro Jahr. Und das ist eigentlich, man muss dazu sagen, die Milchproduktion ist im gleichen Zeitraum schon gestiegen. Also von 2,2 Milliarden auf 3,4 Milliarden in Österreich. Klingt für den Laien sehr viel. Der Durchschnittsbauer in Österreich hat 120.000 Kilogramm Milch und circa 20 Kühe. Das heißt, wir haben trotz dieser Entwicklung, Bauern haben fast nur mehr ein Rittel, Milchmenge ist gestiegen. Aber die Milchproduktion ist in Österreich eine sehr klein strukturierte. Beispielsweise in Tschechien hat der Durchschnittsbauer 200 Kühe, der ist 10.000 so groß. Okay, das hat es auch nicht gewusst. Und bei uns kennt jeder Milchbauer seine Kuh beim Namen. Also da gibt es eine Tiergesundheit, ganz wesentlich. Und wenn es wir oder wenn es uns gemeinsam nicht gelingt, einen kontinuierlichen Milchpreis auszubezahlen. Ich diskutiere sehr, sehr viel mit jungen Bäuerinnen und Bauern, die vor der Entstellung stehen, übernehme ich jetzt den elterlichen Hof oder nicht. Die fragen mich ganz knallhart als Molkereidirektor, bist du in der Lage, mir zu sagen, dass der Milchpreis sich in den nächsten drei, vier Jahren um die Inflationsrate zumindest, dass der jährlich steigt. Den muss ich leider sagen, kann ich derzeit nicht, weil es immer Auf- und Abwärtsbewegungen des Milchpreises gegeben hat. Und wenn wir eine gewisse Perspektive den jungen Bäuerinnen und Bauern geben können, wird es auch leichter sein, diesen Strukturwandel etwas einzudämmen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, weil, wie gesagt, die Bauern viel, viel mehr tun, als nur Milch zu produzieren, sondern Erhaltung, Kulturlandschaft, Lebensraum und, und, und. Und da haben wir, glaube ich, alle gemeinsam sehr viele Aufgaben noch vor uns. Aber ich glaube, das ist eben genau die Situation, vor der wir hier zu allstengen. Ich glaube, dass das jetzt gerade allen bewusst wird. Mich hat gestern, vorgestern, ein Chefredakteur einer sehr bekannten österreichischen Tageszeitung angerufen. Und er hat zu mir gesagt, Herr Reuer, wenn sich jetzt die österreichische Landwirtschaft keinen Schnitzer leistet, dann, das, was da gerade passiert an Imagebildung, an Bewusstseinswerdung, das hätte sich auf der Landschaft leben wahrscheinlich in 10, 15 Jahren nicht geschafft, nicht einmal mit ganz viel Geld. Und da habe ich auch mal so nachgedacht, auf der anderen Seite freut mich das, auf der anderen Seite wischt sich keiner so eine Krise, dass sowas braucht. Aber anscheinend braucht es um Bewusstwerdung, braucht es oft so Krisen, dass man sich wieder den Wert gewisser Dinge bewusst wird. Und ich denke, die Krise wird jetzt so lange dauern, dass das sozusagen nicht nur ein paar Tage anhält und dann aus unserem Bewusstsein wieder verschwindet, sondern länger. Ich habe gestern, also ich habe es den Beitrag von Zukunftsforscher Horx schon kennst, der was ganz klar sagt, es wird nach der Krise nichts mehr so sein wie vorher. Mit den Leuten, die ich rede, und ich auch persönlich, gehe davon aus, dass kein Stern auf dem anderen bleibt. Aber ich sehe trotzdem sehr positiv drauf und sehr optimistisch drauf. Es wird sich viel verändern, aber ich denke, wahrscheinlich auch sehr viel zum Guten, weil das war, wenn man zurückschaut in die Vergangenheit, bei den Krisen, was die Menschheit schon erlebt hat, das ist eigentlich danach, natürlich, nachdem das einmal alles zusammengebrochen ist, ist es immer schlimm, aber dann immer alles besser und da irgendwo wieder mehr gebracht für die Menschheit. Zurück zur ganz aktuellen Situation, natürlich haben wir auch ganz viel jetzt die Fragen. Die Regale sind aktuell voll, wir wissen schon, es wird jeden Tag frisch produziert, Milch ist ein ganz frisches, hochwertiges Lebensmittel. Trotzdem, wie erlebst das du jetzt im Betrieb? Wie verändern sich sozusagen die Produkte? Ich denke, da wird weiterhin Biomilch gekauft, hat das eine Bedeutung? Wird mehr Käse gekauft? Wie schaut es mit dem Joghurt aus? Wie schaut das jetzt, wenn ich jetzt sage, wirklich tagesaktuell aus? Wenn ich schon einmal wen da habe wie dich, will das wahrscheinlich auch jeder, der uns jetzt zuhört, wissen, was passiert aktuell gerade? Wie schaut es gerade aus? Tagesaktuell, der Biokonsument kauft weiterhin Bio, konventionelle, so schätzen wir es derzeit ein, kauft konventionelle Produkte. Allerdings legt er momentan nicht unbedingt den Wert, dass er, wenn er Heidelbeerjoghurt nicht hat, nimmt er das Erdbeer. Also der Konsument ist ja auch ein gewisser markentreuer Konsument und sagt, ich bleibe nur bei meiner Marke. Jetzt speziell seit letztem Freitag, wo die Konsumenten insofern verunsichert waren, weil sie nicht gewusst haben, gibt es am Montag noch ein offenes Lebensmittelgeschäft oder nicht, da haben die Leute gekauft, was in den Regalen war. Ob das jetzt eine Frischmilch war oder ESL-Milch oder das Bio-Joghurt oder ein konventionelles oder ob das jetzt ein Schnittkäse oder Hortkäse war, da haben sie einfach sich einmal eingedeckt. Jetzt, wo die Konsumenten wieder wissen, dass die Lebensmittelgeschäfte auch offen haben, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist und gegeben ist, das kaufen sie schon bewusst. Wir merken einen Trend zu eher Naturjoghurts, wo sie sich einfach eindecken, dass sie sich sagen, sie machen einen Erdbeerjoghurt selber mit der eigenen Marmelade. Das merken wir. Allerdings merken wir auch, dass die Konsumenten sich doch deutlich mehr eindecken. Wie gesagt, wir haben am ersten Tag fast eine Wochenauslieferung und wir produzieren momentan 20 bis 30 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Ob das jetzt gehortet wird, ich denke auch, dass sehr viele Gefriertruhen voll mit Butter sein werden, weil das merke ich mir auch, dass wir speziell sehr viel Butter derzeit verkaufen. Ich kann nur den Konsumentinnen und Konsumenten sagen, die Versorgungssicherheit in Österreich ist gewährleistet und es braucht niemand, sich überdimensional mit unseren frischen Produkten einlegen, weil wir tagesfrisch nachproduzieren. Das ist eigentlich jetzt meine größte Sorge. Die meisten, die uns zuhören, die werden über die Botschaft total erfreut sein. Die Regale sind voll, jeder will das auch als Botschaft hören. Und es ist tatsächlich so, ich als Hannes Reuer und wir von Landschaft Leben haben aber eine ganz andere Sorge, dass aktuell ganz viel Lebensmittel, Müll produziert wird. Wir haben uns mit dem Lebensmittelhandel gestern kurz geschlossen und haben einmal die Mengen abgefragt, ein paar Milch, ein paar Fleisch, wie viel ist eingekauft worden? Und Helmut, es ist unvorstellbar. Also was vor Dunderstag, Freitag, Samstag eingekauft worden ist, das sind einmal Mengen, die die Menschen in drei Wochen einkaufen. Richtig, ja. Und auch beim Gemüse. Und da frage ich mich natürlich schon, was passiert mit diesen frischen Produkten. Jetzt wissen wir, Joghurt hat eine gewisse Haltbarkeit. Aber die Frage ist ja, sitzt jetzt jeder daheim und isst jetzt quasi ohne Ende Kalorien, weil er vielleicht sonst nicht mehr so viel zum tun hat. Dann werden die Diäten nachher, nach der Krise boomen. Das gehe ich aber nicht davon aus. Also wir sagen uns wirklich, dass jetzt einfach viel produziert wird, was irgendwann nicht konsumiert wird. Und ich denke, man sollte jetzt schon einmal ein bisschen auch diesen Aufruf starten und sagen, hören wir auf mit diesem Hamstern. Diese Hamsterkäufe, was derzeit passieren, das löst nämlich im Hintergrund was aus. Signale natürlich. Mich haben Milchbauern angerufen und haben gesagt, du Hannes, ist das jetzt okay, wenn ich voll in die Produktion starte? Wir haben am Montag zum Beispiel die Mischfutterwerke in Österreich kontaktiert von unserer Recherche und das war ganz spannend. Die haben gesagt, sie haben aktuell seit vergangener Woche von den Milchbauern die drei- bis vierfache Bestellmenge von Getreide, sozusagen von Kraftfutter, wo man nicht weiß, tut der Bauer jetzt genauso hamstern wie wir halt alle und sagt, ich möchte Futtermittel hamstern. Oder denken sie jetzt vielleicht sogar viel Bauern an jetzt erst recht und jetzt gehen wir maximal in die Produktion. Was sind dann deine Gedanken dazu? Ich hoffe nicht, dass die Bauern so denken, dass wir in die maximale Produktion und dass wir die Milchmenge noch einmal steigern. Wir haben ja grundsätzlich, was die österreichische Versorgung an Milch- und Milchprodukten betrifft, eine Überversorgung. Das heißt, wir haben auch im österreichischen Murkereien exportieren ca. 50% der gesamten Produktion, ca. 30% wird wieder importiert. Das heißt, da wird sich eine Verschiebung gegeben oder geben und man weiß ja nicht, wie die Entwicklung auch zukünftig sein wird. Wir müssen ja damit rechnen, dass irgendwann die Grenzen komplett dicht sind. Momentan ist ja der freie Warenverkehr noch gegeben. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, auch für die generelle Versorgung. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt sinnvoll ist, dass wir die Milchproduktion in Österreich noch einmal deutlich steigern, deutlich erhöhen. Ich war mit einem führenden Handelsexperten gestern diskutiert, denen seine Einschätzung ist, dass die Versorgung oder der Einkauf ca. um 20-25% beim Lebensmittelhandel für frische Produkte steigen wird, nachhaltig steigen wird, solange die Gastronomie noch nicht offen ist. Und wir haben ja heute jetzt über die Gastronomie eigentlich noch nicht diskutiert. Die sind ja momentan auch massiv leidtragenden. Gastronomieauslieferung ist gleich null bei uns in den Verarbeitungsbetrieben, weil einfach die ganze Gastronomie steht und geschlossen ist. Und der Verzehr, der Außerhausverzehr, der ja von den Konsumentinnen und Konsumenten Usus war und gang und gäbe, der ist ja auch fast auf null. Das heißt, es wird einfach zu Hause mehr gekocht, mehr gefrühstückt, vielleicht Snack zwischendurch, was bisher Außerhausverzehr war. Und dementsprechend werden die Mengen, glaube ich, das ist wahrscheinlich auch realistisch, dass die beim Lebensmittelhandel vielleicht um 20%, 25% nachhaltig steigen werden, solange die Gastronomie und der Außerhausverkehr geschlossen ist. Es war ein schöner Versprecher dabei, der Außerhausverzehr ist es natürlich. Die Großversorger sind jetzt wirklich auf null gesteuert. Ihr werdet jetzt natürlich die Mengen auch in andere Kanäle bringen müssen. Ich denke, das ist jetzt die ganz große Herausforderung, dass man wirklich schaut, dass man dort die Lagerbestände auch sozusagen irgendwie wieder in den Kreislauf bringt. Wir sind da mit den Großhändlern im Austausch. Es ist wirklich dramatisch, was da passiert. Ich denke da wirklich an die vielen Gastronomen, Restaurantbesitzer, Hotelbesitzer. Es ist unvorstellbar, was sich da wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen, Dramen abspulen werden, von dem, dass Mitarbeiter, die jahrzehntelang angestellt worden sind, erkündigt werden müssen. Was macht das aber jetzt bei euch auch konkret, sage ich einmal, auch in Richtung Export? Wir wissen ja, die österreichische Milchwirtschaft hat stark nach Italien zum Beispiel exportiert. Wie schaut es da aus? Weil es ist ja interessant. Wir machen uns Sorgen, dass die Regale nicht voll sind. Auf der anderen Seite, sage ich einmal, hat zum Beispiel die Südtiroler Molkerei ihren Bauern schon geschrieben, vorige Woche schon am Freitag, bitte, liebe Bauern, reduziert die Milchproduktion, füttert selber die Kälber mit Milch, dass wir quasi Milch vom Markt bringen. Gestern habe ich gehört, dass die Salzburg-Milch eine ähnliche Info rausgegeben hat, bitte die Milchmengen in der Anlieferung zu drosseln. Das heißt, es ist wirklich viel zu viel eigentlich da, muss man sagen. Und jetzt kommt das Thema auch noch mit der Gastronomie dazu. Was heißt das für den Sektor Milchwirtschaft Österreich? Genau, es gibt ja sehr viele, Österreich ist ja ein Tourismus-Fremdenverkehrsland, wo sehr viele Touristen auch da waren in den ganzen Skigebieten. Vorarlberg, ich habe mit dem Raimund Wachter von der Vorarlberg-Milch gerade gestern ein Telefonat geführt, der hat das Riesenthema gesamte Gastronomie ausgefallen, auch, dass sehr viele Schweizer nicht mehr in Vorarlberg einkaufen können, weil die Grenzen geschlossen sind. Das heißt, da gibt es Verschiebungen, auch in Tirol, auch teilweise in Kärnten, die Skigebiete stehen ja alle, und in der Gastronomie. Und da haben wir ganz intensive Diskussionen mit den Gastronomie-Vertreibern, die einfach derzeit auf den Waren sitzen bleiben. Und da wird es dann einschneidende Einschneidungen geben, Verwerfungen auf diesen Märkten. Wie gesagt, 50 Prozent ist exportiert worden von den österreichischen Milch- und Käseprodukten, circa 30 Prozent importiert. Das heißt, ich hoffe ja, wenn es uns nicht mehr gelingt, den Überschuss zu exportieren, ich glaube ja, dass der Import sich auch deutlich reduzieren wird, weil diese Grenzen und dieser Warenverkehr sich doch verändern wird. Aber wie gesagt, ich hoffe nicht, dass wir noch zusätzliche Milchmengen bekommen, weil zu viel Milch drückt natürlich auch den Erzeugermilchpreis. Da möchte ich ja gleich was ansprechen, was Sie in unserem ersten Podcast angesprochen haben. Du hast ihn ja gehört mit den Importe von China. Jetzt haben wir natürlich noch keine Milch aus China importiert, Gott sei Dank. Sehr wohl haben wir zum Beispiel, glaube ich, einige Container immer wieder mal jede Woche nach China verschifft, die eine oder andere Milcherei. Das muss man wahrscheinlich in Zukunft alles ein bisschen in Frage stellen. Was mir jetzt neu ist, dass wir tatsächlich 30 Prozent importiert haben, obwohl wir selber quasi ein Milchland sind. Das sind ja genau die Themen, die ich immer wieder irgendwo angekreidet habe, weil ich sage, ich bin total für offene Märkte und auch global denkend. Aber wenn wir etwas Hochwertiges, Frisches, also wir reden ja nicht vor einem Ground, wir reden nicht vor einem Sessel oder einem Tisch, wir reden vor einem Lebensmittel. Wenn wir das wirklich da daheim produzieren, warum muss ich es dann immer wieder vom Ausland einholen? 30 Prozent, wir wissen, dass es Preiseinstiegsprodukte im LEH gibt, wo definitiv Milchprodukte aus dem Ausland kommen. Sondern sollte man das nicht vielleicht auch in der Situation jetzt wirklich einmal groß aufzuhören und sagen, warum machen wir das eigentlich? Um immer wieder zu signalisieren, da sind wir ein paar Cent billiger und da sind wir ein paar Cent billiger und kapieren aber nicht, dass wir mit diesen Entscheidungen die heimische Landwirtschaft zerstören. Und das muss man einmal so ganz klar sagen. Das ist nicht irgendwie eine Suderei, eine Jammerei, sondern das beweisen die Zollen ganz klar mit diesem Verhalten. Und ich denke, da hat nicht nur letztendlich die Konsumentin, der Konsument immer die Schuld, weil natürlich, ich bin selber in die Verlockung gekommen, es hat vor ein paar Wochen noch eine Joghurt-Aktion gegeben, eins plus eins gratis. Und mir stellt sich da alle Haar auf, wenn ich sowas überhaupt will. Dann kaufe ich mir es ja eh, wenn ich gerne eine Zweitzeit. Ich bin da mit der Filialeiterin richtig zum Diskutieren gekommen, weil ich es nicht verstehen kann, wie man sowas Hochwertiges einfach so verschleidern kann und ständig signalisieren möchte, es hat ja eh keinen Wert. Und wie kann man dem vielleicht auch jetzt in der Situation ein bisschen entgegenwirken und zum sagen, das hat nämlich langfristige Folgen. Weil ich finde das ganz spannend, wenn wir nämlich jetzt schon die Selbstversorgung wo nicht mehr hätten. Eine Landwirtschaft, da baust du nicht auf innerhalb ein paar Tage, ein paar Wochen, nicht einmal gescheit in Jahren. Wenn uns irgendwo das Know-how verloren geht oder die Betriebe wieder zugesperrt sind, dann ist es finito. Und wenn wir dann einen Hunger haben, dann ist Schluss. Und vielleicht kann jetzt diese Krise auch dieses Bewusstsein erzeugen, da haben wir einen Sektor, der ist für uns alle. Und ob ich ein Generaldirektor bin, ob ich irgendwo Arzt bin, ob ich beim Bundesheer bin, ob ich Kindergärtnerin bin, völlig wurscht. Jeder muss jeden Tag irgendwann einmal zumindest gescheit essen, oder? Genau. Sind wir uns da einig, Helmut? Genau. Und ich denke, da sollte man schon einmal dieses Ganze, was wir da tun. Und da muss aber natürlich, Helmut, wie siehst du das, auch die Ehrlichkeit dann dazu, macht es Sinn, dass wir dann nach China exportieren? Das müssen wir uns dann natürlich auch hinterfragen, was wir dann tun. Oder sollte man dann vielleicht unserer Landwirtschaft so neu denken in Österreich? Vielleicht könnte das auch jetzt die Situation auslösen. Darf man zum Beispiel sagen, warum importieren wir Soja, Eiweißfuttermittel? Milchwirtschaft macht es Gott sei Dank nicht mehr aus Übersee, sondern nur noch aus Europa. Aber vielleicht kommen wir wieder mehr zurück, so richtig eine standortgerechte Landwirtschaft. Das ist genau der richtige Ansatz. Weil das haben wir in der Milchwirtschaft ja schon seit Jahren, wir haben seit, ich glaube, vier, fünf Jahren Verzicht Sojas über sie. Das ist bei uns Standard, das gibt es bei uns nicht. Aber wir müssen gemeinsam, und ich glaube, dass da wir gesellschaftspolitisch einfach einen Auftrag haben, mit unseren Partnern in der Gastronomie, mit dem Lebensmittelhandel, die Verarbeitungsbetriebe, genau das zu diskutieren. Weil was passiert, wenn ein Verarbeitungsbetrieb oder der Lebensmittelhandel oder auch die Gastronomievertreiber Lebensmittel importieren, weil es den einen oder anderen sind, billiger ist, müssen wir, weil wir, weil unsere Bauern auch tagtäglich die Milch produzieren und dann uns liefern, den Überschuss, was wir dann haben, exportieren. Und da passiert ökologisch, also was das ganze Thema Klimaschutz, wir diskutieren über Transportwege und, und, und. Das sind alles Themen, die da mit hineinspielen und wo wir, glaube ich, gemeinsam auf einem Tisch sitzen müssen und sagen, wie gehen wir diese Themen zukünftig an, damit wir auch diese Landwirtschaft erhalten können, auch Einkommensperspektiven und letztendlich für das Thema Klimaschutz, Umweltschutz auch unseren Beitrag leisten, wenn wir nicht unnötige Transporte produzieren, weil eben dann weniger Import ist, weniger Export. Damit tun wir für die Umwelt sehr, sehr viel. Und, wie gesagt, ich habe es heute schon am langen gesprochen, ich glaube nicht, dass der Konsument, wenn wir heute auf die Straßen gehen und den Konsument fragen, was kostet ein Viertel Butter oder was kostet eine Milch und den Test, kann ich jedem nur mal raten, irgendwo auf einem Hauptplatz in Österreich, was kostet die Milch, sagt er, um einen Euro. Aber ob das dann 1.05 oder 1.15 oder 1.25 hat ja auf die Einkommenssituation für die Milchbauer eine riesige Auswirkung. Und ich glaube, da geht es einfach um Wertschätzung, Wertschöpfung für unsere Produkte und um die Einkommenssicherheit und um die Erhaltung der Arbeitsplätze in den entlegenen Regionen. Uns muss bewusst sein, bei jedem Einkauf, bei jedem Griff ins Regal vergeben wir den Produktionsauftrag. Das heißt, das, was wir kaufen, das wird produziert. Und wenn wir zu österreichischen Lebensmitteln greifen, dann haben wir österreichische Produktion und das ist auch ganz wichtig zu den Voraussetzungen, die wir gerne hätten. Dirwohl, auch soziale Standards. Wenn ich mir jetzt nur anschaue, die ganze Gewandproduktion, was jetzt aufkommt in Italien, was ein Tabuthema war, dass da über 30.000 chinesische Arbeiter sozusagen Made in Italy produziert haben unter menschenunwürdigsten Bedingungen, da muss ich mich halt als Konsument schon einmal ganz klar fragen, ja möchte ich das? Möchte ich das auch mit meinem Gewissen vereinbaren? Und ich habe oft das Gefühl, dass sehr viele von uns einfach auch, um sich selber zu schützen, von vielen Dingen wegschauen. Und die Sklave braucht, und es gibt jetzt diese Krise auch die Chance, eine neue Verantwortlichkeit. Eine Verantwortlichkeit, den Dingen in die Augen zu sehen und vielleicht einmal ganz klar auch das Statement zu haben und zu sagen, so geht es nicht mehr weiter, so nicht mehr. Und ich glaube, in dem sehe ich auch die Riesenchance dieser Krise, weil die Zukunft kann man immer nur im Jetzt gestalten. Wir brauchen nicht reden, was wird im Mai sein, was wird im Juni sein. Heute, jetzt können wir anfangen, die Zukunft zu gestalten, weil das ist immer das Prinzip Ursache-Wirkung. Ja, heute sitze ich eine Ursache, irgendwann habe ich die Wirkung davon. Und darum denke ich mir, sind wir alle aufgefordert und brauchen nicht warten auf morgen. Ich kann heute Handeln anfangen und heute eine neue Ursache erzeugen, dann habe ich irgendwann eine andere Wirkung. Und so gestaltet sich die Zukunft, weil die Zukunft werden wir in der Zukunft nie finden. Die wird uns immer irgendwie davonlaufen, also immer in die Gegenwart kommen. Und ich denke jetzt einfach auch für die Milchwirtschaft, für die Landwirtschaft haben wir da eine Riesenchance, diese Krise, also das zu nehmen, was sich vielleicht darstellt, weg von der Gewinnmaximierung auch in der Landwirtschaft. Da hat man ja auch immer geglaubt, höher, schneller, weiter, mehr zu einer bodenständigen Landwirtschaft. Und das bitte ja wirklich auch die Bäuerinnen und Bauern, was uns jetzt gerade zuhören. Gehen wir achtsam mit den Dingen um, bekennen wir uns auch wieder zu diesem Bauernsein, was das auch immer alles im Einzelnen bedeuten mag. Aber da gehört es für mich schon auch dazu, dass man hier sehr achtsam mit den Dingen umgeht und viel Verständnis natürlich aufbringt. Und dann wird auch das uns gegenüber aufgebraucht, dieses Verständnis. Weil die Konsumentinnen und Konsumenten, egal was wir gerade für die Schreiben kriegen, auch auf Social Media, die sind so wertschätzend. Das habe ich vorher so noch nie erlebt. Erreichen euch auch Nachrichten, Helmut? Ich kann dir nur bestätigen. Oft ist gar einmal ein bisschen weniger mehr, wenn einfach nicht die Überproduktion da ist, dass wir auch für unsere hochwertigen Produkte auch das entsprechend erlösen. Und so wie du sagst, gerade in der Krise, wir haben sehr, sehr viele treue Konsumenten und dankbare Konsumenten. Und ich kriege sehr viele Anrufe, Postings in den sozialen Medien, die sich wirklich bedanken, dass wir jetzt in der Krise erstens einmal die Milch von unseren Bäuerinnen und Bauern tagtäglich abholen. Und da gilt der Dank auch an die ganzen Frechter, das muss man auch erwähnen, die auch rund um die Uhr 365 Tag die Milch zweimal am Tag abholen. Und sehr viele Konsumenten, die sich bei uns, bei den Mitarbeitern bedanken, dass wir auch in der Krise hinausgehen. Auch viele bei uns würden vielleicht lieber daheim sein, bei den Familien, weil sie vielleicht auch ein bisschen Respekt und Angst vor dieser Situation haben. Aber die gehen in die Betriebe, die verarbeiten die hochwertige Milch zu unseren hochwertigen Produkten, um eben die Versorgungssicherheit zu haben. Und da gibt es ganz, ganz viele Konsumenten, die wirklich dankbar sind. Und diese Dankbarkeit kann ja nur auch von meiner Seite widerspiegeln. Sie geben uns, so wie es du angesprochen hast, jeden Tag wieder einen neuen Produktionsauftrag. Und der Konsument hat es letztlich in der Hand. Greife ich zu einem Billigprodukt, das irgendwo herkommt oder kaufe ich die regionale Qualitätsmarke von der eigenen Molkerei und gebe damit wieder den Produktionsauftrag für das nächste Milchpack. Und das muss der Konsument einfach nachdenken, wenn er vor dem Regal steht und die Regale sind ja voll und er hat die Wahl und die Entscheidung, kaufe ich diese No Name irgendwelche Marke, die irgendwo herkommt oder kaufe ich wirklich die regionale heimische Marke. Und das ist eben der Produktionsauftrag, den uns der Konsument heute geben kann für morgen. Und wir können die Welt heute anfangen zu verändern, dass es wieder besser geht. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das gemeinsam auch entsprechend bewältigen werden. Von meiner Seite kann ich nur noch sagen, ich glaube, was da wirklich schön ausserkind, ganz egal, wie sie die nächsten Wochen gestalten werden, die österreichische Milchwirtschaft ist gut aufgestellt. Sie ist regional, sie ist vor Ort. Wir haben in allen Bundesländern sozusagen eine Milchverarbeitung, eine Produktion, also wirklich total regional. Die Bayerinnen, die Bauern haben genug Futter zu Hause. Jetzt beginnt ja das Frühjahr. Das heißt, es beginnen jetzt wieder die Arbeiten. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft von mir. Ich habe gestern Postings reingekriegt, wo sich plötzlich auf dem Land Menschen beschweren, dass jetzt sitzen sie in Quarantäne daheim oder sind in die Wohnungen. Und nebenbei fängt der Bauer zum Gülle für ihn an und sozusagen was für eine Zumutung. Jetzt sitzen wir eh schon daheim und dann wird Mist gestreut. Da möchte ich auch wirklich um Verständnis bitten. Es ist einfach der Kreislauf des Lebens. Wenn man nicht düngt, wächst nichts. Und das, was hier quasi im Wachsen begriffen ist, das wird uns dann im nächsten Herbst, im Winter wieder ernähren. Und das sichert dann unsere Lebensmittelversorgung. Also da bitte ich auch um Verständnis, dass das nicht unbedingt für jeden angenehm riecht. Aber ganz ehrlich, was ist uns lieber? Dass wir vielleicht einmal was riechen, weil es natürlich ist, weil es Mist ist, weil es Gülle ist, weil es Jauche ist, was eigentlich wieder sozusagen die Nährstoffe in den Boden zurückbringt. Also ein ganz natürlicher Nährstoffkreislauf. Oder wollen wir einen Kunstdünger auf unsere Wiesen haben, der riecht zwar nicht, aber schädigt extrem das Klima, weil Lachgas dabei ist, was für den Treibhausgaseffekt extrem schädlich ist. Also da möchte ich schon in jedem Einzelnen einmal ein bisschen zum Nachdenken hinführen. Was ist jetzt gescheiter? Und ich denke, die Antwort kann man sich jetzt denken. Es ist, glaube ich, gescheiter. Die natürlichen Kreisläufe funktionieren. Und da bitte ich auch, wenn jetzt gerade die Düngezeit sozusagen beginnt, um Verständnis von der Bevölkerung. Weil es passiert nichts anderes, als wie unsere Grundlage für die zukünftige Lebensmittelversorgung wird gerade gelegt. Von meiner Seite, Helmut, glaube ich, habe ich keine Fragen mehr. Wir werden natürlich auch ständig in Verbindung bleiben. Hast du noch an Konsumentinnen und Konsumenten eine wichtige Botschaft? Hannes, ich sage einmal Danke für die Einladung. Ich glaube, wir haben jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde sehr, sehr viele Themen diskutiert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche dir und dein Team für die Zukunft alles Gute, viel Gesundheit. Und wir kennen uns ja schon längere Zeit. Und ich weiß, ich war am Anfang, muss ich ganz offen, ein bisschen skeptisch über dein Tun. Aber ich kenne dich jetzt doch schon ein paar Jahre oder eigentlich zwei Jahre besser. Und du bist ein Kämpfer für die Landwirtschaft, für uns Verarbeitungsbetriebe. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Und wünsche dir alles Gute. Und an die Konsumentinnen und Konsumenten ein großes Danke, dass ihr zu unseren Produkten greift, zu den heimischen, regionalen Produkten. Ihr gebt uns jeden Tag den Auftrag, ein Danke an die Bäuerinnen und Bauern. Die heimische Milchproduktion ist ja mehrheitlich genossenschaftlich orientiert. Das heißt, ihr seid der Eigentümer von uns. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ihr 365 Tage rund um die Uhr bereit seid, uns die Milch zu geben. Und ein Versprechen als Molkerei-Direktor. Wir versuchen das Beste, dass wir auch zukünftig einen entsprechenden Milchpreis auszahlen können. Und der Dank natürlich an die Mitarbeiter und Mitarbeiter, an die Frechter, die das eine dazu beitragen, dass es auch zukünftig eine heimische, flächendeckende Milchproduktion in Österreich geben kann. Herzlichen Dank. Hannes, danke. Danke, Helmut. Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast. Stütz uns bitte, Frau. Wir behandeln das wirklich auch in der Aktualität so, wie es ihr die Fragen an uns richtet. Wir wollen da wirklich total mit euch interagieren, interaktiv sein. Dankeschön fürs Dabeisein heute und bis zum nächsten Mal. Fiat den. Tschüss. 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 Tschüss.